Ich arbeite der ganze Scheißdreck, jetzt wird's kritisch, ey Mann, geht hier mehr auf den Senkel Leute, jetzt wird's spannend Gut Die Zeit ist abgelaufen, Fähnrich Bringen Sie die Ladung jetzt an Oder die Voyager könnte verloren sein Ich lade jetzt Das wäre in höchstem Maße ratsam, miss man roben Anvisier und laden Verstanden, ich initiiere die Abschlusssequenz Bereiten Sie sich darauf vor, zurück zur Voyager zu beamen Gut Und Feuer Und das Ding existiert immer noch Ey, das gibt's doch nicht Bei so einer Feuerkraft muss das Ding doch im Arsch sein Gut Die Invasion mache ich noch Bis zur Forge Und dann ist es erstmal Geschichte Wo sind die anderen? Wir haben einige Schäden erlitten, daher mussten wir sie getrennt zurückbehmen Tubog braucht sie, na los Ja, Sir, wir sind hier Das Harvesterschiff wurde nur kampfunfähig gemacht Sie versuchen jetzt, uns zu entern Das ist ein zäes Schiff Aber wenigstens ist die Voyager noch intakt Chang Munro Die Andockhaken der Harvester drohen die Höhle zu durchbrechen Gehen Sie zum Ausrüstungsraum und besorgen Sie sich Vorräte Gut Stärkere Waffen können nicht schaden Wenn die Harvester nur annähernd so zäh sind wie ihr Schiff Werden sie eine starke Feuerkraft brauchen können Gut Wie Sie sehen können, hat es einige Opfer gegeben Benötigen Sie medizinische Hilfe Ein bisschen Ja, danke sehr, Doktor Gut Ja, ich weiß Die Harvester sind fast durch, kommen Sie Auf geht's Sterbt ihr, Mist-Harvester Verkommen Sie, Mist-Harvester, verteilt sich in den Korridor Halten Sie sie um jeden Preis auf Natürlich Besser bringen wir Mist-Mister-Pilité wieder zurück So Nehmen wir Munition mit Halt aus Hier ist nichts Im nächsten Raum weiß ich noch Die 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 Das Viecher Hier ist zu Gut Der bleibt da drinnen So Oh, der Zank Äh, links Ja, genau hier Machst du wohl die Burger Diese Sie reißen das schiff in Stücke Bringst du den Geist zurück? Nur den. Doch. Gott, das ist eine richtige Invasion hier. Das macht mir keinen Schaden. Geil. Was ist mit dir da? Hm. Egal. Du bleibst her. Tür auf. Na, warte hier. Friss das. Und das. Und das. Sie dringen durch die Wände ein. Scheiß auf die Gesundheit. Die wird sowieso regenerieren halt einfach. Ach du grüne Neune. Hier war ich doch gar nicht rein. Ja.